Was ich besonders toll finde am CSD ist, dass man sich einfach so zeigen kann, wie man ist, dass man sich nicht verstecken muss, dass man seine Leidenschaft rausholen kann, sich nicht schämen muss, einfach sein kann, wie man ist und auch einfach verrückt auftreten kann. Und man weiß, dass man nicht verurteilt wird, sondern man hat viele Menschen, die einen dafür bewundern, dass man zeigt, was man fühlt und einfach so zu zeigen. Gerade auf dem CSD ist es halt völlig in Ordnung, einfach das auszuleben, was man feiert und so rumzulaufen, wie man feiert. Und deswegen finde ich diese ganze Veranstaltung wahnsinnig wichtig und wahnsinnig gut, muss ich sagen.